Bulgariens Trakener-Sportler-Adel im Mittelpunkt. Anlässlich der großen Fohlenschau im Sweetwater-Gestüt war der Tochter des Weltmeisters und mit Sophie Loibe auf CCI-Drei-Sterne-S-Niveau siegreichen Zieten TSF die Championatscherpe zu nehmen. Seine Tochter setzt sich mit Dynamik und vorbildlicher Motorik in Szene und vermittelt in der Verbindung ihres hochverehrten Vaters mit dem Leistungsblüter Pfeibs Wincht sowie dem sportlich vielseitig orientierten Hendrik ein Leistungsprofil der Marke Exklusiv. Aus der Familie der Estressur-Pferde Sachsen-Glanz und Sachsen-König sowie der Vielseitigkeitschampioness Sambuca mit Josefine Schnaufer.